Wow! Ja, sehr schön! Eure Waffe! Stahlklotz! Interessanter Name im Deutschen! Okay, ähm, Levelauswahl! Und jetzt nehme ich mal auch in eine sehr schlimme Stage! Toadman! Er ist eigentlich auch nicht besonders schwer! Wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe! Aber hier kann ich mich eigentlich schnell umbringen! Hoffe ich, meine ich! Irgendwo gibt's hier doch Abgründe! Oder das Ganze wird auch etwas Bescheid! Ja, hier gibt's nämlich einen! Okay! So, dann starte ich jetzt nämlich nochmal mit zwei Leben! Das ist wesentlich angenehmer! Spiel aus! So, jetzt mal schnell! Und noch einmal Toadman! Yeah, Megaman! So schnell! Du wirst es noch nie vorher bei Robot Master bezwingst! Das bin ich mein durchläuft, nicht? Ja, bei Megaman 3 war es ja ganz, äh, bescheiden! Das so zu machen! Wow! Mein böse Pigouin! Ach, verdammt, egal! Ich hab ein bisschen in der... Stimmt, da war ja was! Ah, diese Regenschmerkraft! Ach! Das verdrängt! Ich hab grad irgendwie nicht dran gedacht, weil ich hier nur auf dem Boden lang gelaufen bin und... Ah, das Ganze ja keine Auswirkungen hat! Wegen die Toadman Stage ist echt schon in der Hinsicht ein bisschen schlimm! So, nämlich müssen wir hier das Ganze richtig schön abmessen! Sonst habt ihr ja gesehen, Pfeil war ganz schön tief! Und das Ganze eben schnell durchlaufen auch noch hinzukriegen ist nicht gerade leicht! Deswegen bin ich auch froh, wenn ich dieses Stage auch hinter mir schon habe! Damit es nicht mehr ganz so schrecklich wird! So, und abwärts! Okay, jetzt wird's wieder nass! Oh! Okay, böse Schleime, böse Ratzenböse, alles! Ab! Hörst du auf zu springen? Bleib auf dem Boden der Tatsache und dann ist alles in Ordnung! So, sehr schön durchgerutscht! Yay! Ich hab dich nicht gesehen, okay! Wenigstens ging's nicht schief! So, ein Checkpoint muss ich auf jeden Fall hier haben! Ah, böse Schnecke! Ach ja, da kann ich nur die Augen treffen! Und ich schießbomben! Meine Güte! Böse Schnecke! Ja, du kannst sogar mit deiner Augen werfen! Das ist mies! Das kann ich nämlich nicht! Okay! Jetzt sind wir hier! Oh man! Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass ich gleich irgendetwas wichtiges auslasse! Jetzt wird's doch bescheiden! Ah, Bomben! Und dazu dann noch, äh... Ah, dieser Wasserfall stört! Dadurch zu treffen ist das Ganze richtig schwer! Und dass du die Augen auch direkt nach mir wirst, ist noch bescheidener! So, aber ich hab dich! Okay! So weiter gut! Yay! Nein! So, okay! Das ist mies, diese Stelle hier! Hier verkack ich's doch! Nicht! Okay! So, da muss ich jetzt wirklich erstmal langsam machen! Ich hab echt nicht mehr viel Energie! Okay, wir sind aber schon da! So, Toadman! Ich glaube nicht, dass ich dich schon mit dem ersten Versuch schaffe, weil du nen scheiß Angriff hast! Digga, ich versuch's einfach mal! Wie weit ich jetzt komme in diesen ersten Versuch? Ah, mein Hallo! Geh weg! Und du hübschst hier! Genau! Deswegen heißen wir auch Toadman, weil du ne Kröte bist! Okay! Komm her! Okay, so können wir das die ganze Zeit machen! Da kommt schon... Ich muss sagen, Toadman ist sogar der einfachste! Von allen! Wie ihr seht, ich brauche einfach nur draufhalten und... Da passiert auch nicht mal was! Er macht sich mal seinen scheiß Regenangriff! Yay! Und wir haben's! Huh! Gott sei Dank! Yes! Drei Robot Master, abgehakt! Das läuft echt schon sehr gut! Wäre das bei Diveman nicht so scheiße gelaufen... Dann wäre das noch besser gewesen! Aber naja! Wir haben es nur... Wir bekommen die... Scheiße! Egal! Oh! Rush bekommt auch was! Rush! Ja! Jetzt ruhe ich das so unter, was dann hinter mir ab! Brauche ich die nicht mehr, Rush! Okay! Nächstes Level... Machen wir Ringman! Der ist richtig scheiße! Also, Ringman hat einen scheiß Angriff! Leben was da auch nicht zu schaffen ist Wahnsinn! Und die Stage ist eigentlich auch nicht ganz angenehm! Aha! Genau deswegen! Weil der Mond uns einfach mal vor den Füßen wegfallen kann durch diese Regenbogenplattform hier! Sieht aber cool aus! Das ist eine Stage, die ich vom Aussehen her richtig genial finde! Wollen wir mal später auch noch... Das wird jetzt gerade viel zu viel! Richtig cool wird! Aber das wird Ihnen leider nicht sehen, wenn wir weit genug in diesem Stage kommen! Die Musik ist auch sehr genial! Und wir haben hier Planeten! Yay! Mit der Kraft des Planeten muss ich mich jetzt hier durchrutschen! Und... Erstmal hier zu sehen, dass ich das hier in Korea! So! Sehr schön, Kanone weg! Und weiter! So! Und noch einmal rutschern! Yay! Okay, jetzt ist es nämlich dunkel! Und wir haben hier... Das Grauen! Ach! Das weiß doch diese Siebfeld, oder? Ja! Genau dieses Mist! Nein! Ich hasse Raketen! Ich hasse Raketen! Erst recht in diesem Spiel, wo man wirklich... Sehr schwer die auch noch treffen kann! Oh verdammt! Liebherr, du bist böse! So, hab ich dich! Das war Nummer eins! Es kommen noch mehr von diesen Mistviechern! Das ist das einzige Nervige in dieser Stage! So, und... Du willst mich auch aufhalten? Wahrscheinlich nicht! Dann muss ich gucken, dass ich die Energie kriege! Wunderbar, das hat geklappt! Na Planet, komm mal runter! Ja! Du möchtest gern Satouren in Miniform! Müssen wir mal gucken, ob die mir irgendwie vielleicht mal wieder nehmen geben! Das war das einmal wahrscheinlich Glück! Oh nein, diese Dinger! Ja! Dann müssen wir jetzt auch im richtigen Moment drauf schießen! Das ist ganz... gemein! Weil hier wie ihr seht, das Ding im richtigen Moment dann der Manuel zuschießt! Da muss man das perfekt abpassen! Und das zweite Nil fährt! Oh man! Okay, du willst es noch einmal versuchen! Ich werde dich noch einmal klein kriegen! Und die Energie von deinen Raketen mitnehmen! Ihr müsst ja auch leben! Hoffentlich! Wäre ja mal was! So, komm runter! Das krieg ich dich! Na, bleib unten! Ah, scheiße! Lass mir die Raketen weg! Sollte ich ja am besten sind? Okay! Ich wollte gerade sagen, ich soll dich am besten Rush-Koi machen! Moment! Habe ich den überhaupt? Habe ich? Ja, Rush-Koi habe ich! Da oben wäre jetzt irgendwas, glaube ich auch, äh... Optionale Sache! Ich bin jetzt gerade aber nicht sicher, ich gehe jetzt hier lang! Soll ich nicht mehr ganz genau weiß! Ach, jetzt geht es andersrum! Okay, jetzt müssen wir das Ganze vernünftig! Wir kriegen... Ich... Ich stehe doch! Wow! Ui! Aha! Und hier habe ich eigentlich jetzt ein bisschen Angst! Scheiß Planet! So, geschafft! Und yay! Wir müssen fast da sein! Oder auch nicht! Das dauert noch ein bisschen! Okay! Aber es wird jetzt trotzdem ein bisschen scheiße! Ah, du schon wieder! Okay! Ich kriege noch hin! Ja, wenn du endlich mal weiterschießen würdest, deine Ringe! Scheiße! Okay! Nummer 2! Und ich bin... Ja, toll! Wir sind beide draufgegangen! Ach! Schönen Dank! Und ich starte hier... Na, klasse! Das heißt, hier habe ich jetzt etwa erstmal die Hälfte! Na, klasse! Gefällt mir nicht! Das macht mir Angst! Warum? Weil... Ich dann noch so viel vor mir habe! Okay! Gehen wir einfach mal... Hier unten lang und das wird nicht... Oh doch! Ist so... Mir blieb gerade das Herz in der Hose stehen! Meine Güte! Ich mache auch bescheuerte Sachen hier manchmal! Aber es ist crazy! Man muss sich hier beeilen! Wenn man gewinnen will! Au! Ich könnte auch Tricksitzel benutzen und einfach durch dich durchgehen! Aber... Diese feige Art mache ich jetzt nicht! Yay! Rutschen wir! Und wir sind endlich da! Na, dann war ich echt nicht mehr weit! Bitterer geht es echt nicht mehr! Okay, Ringman! Ich hasse dich! Weißt du das eigentlich? Und... Feuer frei! Nämlich dein Ring ausweiten ist bescheuert! Das kriege ich nämlich nicht hin! Und deswegen... Kann ich diesen Robot Master wahrscheinlich auch abhaken! Ich weiß, er schießt einen Ring unten und dann direkt oben, aber... Der ist einfach scheiße! Ich glaube, ich mache erst mal einen anderen... Skullman! Versuchen wir es mal bei ihm! Ringman wird echt scheiße! Oh, Mann! So! Okay! Skullman! Eine Stage war eigentlich auch ziemlich ambivant! War gerade wieder nur scheiße! So, habe ich es! Und zwar! Back mit dir! Aber auch wieder eine sehr geniale Musik in dieser Stage! Die Stage äh... Die Stage äh... 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 Diese Stage im Mega mit ihm fast wieder verwertet wurde! Aber naja! Nicht ganz! Das ist ja ein bisschen frostiger und so! Hier ist es ein bisschen skelettiger! Und daher kann man das die Geräte vergleichen! Aber durch die Prozieren, die man hier im Hintergrund sieht an den Wänden... Kann man dann schon wirklich in etwa... Da komme ich nicht hoch! Scheiße! Ah! Ich wollte gar nicht drunter durch! Ich gehe hier... Einmal durch! Ich kriege Energie... Von Eddie! Vielen Dank dafür! Hier kann ich mir zwei Mega aussuchen! Und ich gehe recht lang! Das war, glaube ich... Jeder Beschissenere... Das finde ich bei Mega Man wie auch schon klasse! Dass es sozusagen hier die Möglichkeit gibt... Einen Energietank! Den brauche ich auf jeden Fall für Ringman! Äh... Dass man hier sozusagen auf jeden Fall mehrere Wege einschlagen kann! Was in dem Fall auch dazu geführt hat... Dass man bei der Mega Man Collection... Aber hier gibt es gar nichts mehr! Okay! Also sozusagen auch eine Karte bekommen hat! Wenn man dementsprechend... Ähm... Ich glaube in dem Fall sozusagen den Select Knopf gedrückt hat... Kann man so eine Karte einsehen! Das kann man hier natürlich jetzt nicht! Das ist nur bei der Collection! Also bei der Mega Man Anniversary Collection! Und dann sozusagen sehen kann... Welchen Weg man gehen kann! Und das alles! So! Da uns ist der nächste Energietank! Den will ich mir natürlich auch noch holen! Dann werde ich Ringman auf jeden Fall als nächstes machen! Und auch hinkriegen! So! Raub dich weg! Und dieser Sprung hier ist scheiße! Aber ich habe ihn! So! Energietank! Du kannst mir! Wunderbar! Wir können ja weg hier! In diesem Race ist alles nötig! Und ein Leben auch noch! Vielen Dank! Ich war fast da! Eine Leiter! Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich von ganz von vorne sterben muss! Nein Gott sag nicht! Das wäre jetzt der Oberhammer gewesen! Dann hätte ich mir ein gewaltiges Problem gehabt! Aber egal! Ich habe zwei Energietanks jetzt! Wie ich wahrscheinlich wirklich dann für Ringman alle verbraten muss! Aber es ist mir wert, Leute! Weil mit Ringman habe ich echt große Schwierigkeiten! Wie ihr schon gesehen habt! Der muss das einfach schwer! Der ist einfach zu schnell! Dann damit klar zu kommen, ist der Wahnsinn! So! Okay! Weg mit dir! Genau! Geh in die Knie! Ah! Nein! Weg! Scheiße! Scheiße! Muss ich also mit Feuer aufgeladenem Schuss werden? Wie ich dich jetzt kriegen soll, weiß ich gerade nicht! Obwohl doch... Hab ich dich! Hier gibt's nix! Ach, verdammt! Hier gibt's Energie, Energie, Energie! Und wir sind schon da! Skyman, bist du bereit? Ich bin es! Ich habe drei Leben! Und Vollenergie! Und denke mal bitte recht zuversichtlich, dass ich keine Energie-Tag hier brauche! Ich hoffe es! Also, auf geht's! Skull-Man! Wobei, du hast doch dieses Skull-Schild, äh, oder? Irgendwie so! Ne, Quatsch! Das ist ja doch! Er hat es! Nein! Ah! Warum? Also mit diesem Schild macht er den meisten Schaden hier! Scheiße! Ich habe noch ein paar Versuche! Okay, da habe ich mir jetzt noch ein bisschen zu viel zugemutet! Sonst setze ich auch einmal Energie-Tank ein! Damit ich wenigstens sie nochmal machen muss, die Stage! Ist mir dann scheißegal! Okay, Skull-Man! Okay, Skull-Man! Zweiter Versuch! Ich komme mit deinen Schüssen gerade nicht klar! Ah! Verdammt! Warum?! Warum?! Okay! Okay! Ah! Mann! Ich komme mit deinen Schnellen Schüssen einfach nicht zurecht gerade! Ah! Du! Wie viel ziehst du ab?! Also ihn selbst? Okay! Wow! Wow! Also ihn zu berührt ist echt der Tod! Deswegen trägt er wahrscheinlich auch zu Recht den Namen Skull-Man! Du bist doch so ein... ...miss Kerl! Der zieht's auf hier ab! Das ist doch Scheiße! Ja! Selbst dein Schild! Was soll ich da machen?! Wenn er sein Schild aufhört! Oh! Auflöst meine ich! Dann rennt er auf einen zu! Scheiße! Oh! Das ist... Ja! Was? Ich hatte doch... Hä?! Ich hatte doch noch ein Leben!